Der ist wieder früh heimgekommen, irgendwo vor dem Fest, ist zu mir hergekommen und gerissen hat ihn. Und dann hat er geschlafen, bis wir dorthin können, was sein Geld ist. Und dann sind wir halt gefahren. Und dann hat er sich angehängt. Und wir haben gewonnen. Der hat sich einfach gehalten. Die Füße waren blau auf, bis sie die Knie. Das ist klar, weil die Eisbreckel so groß waren und das hat sich ihm hingekaut.